So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich Grüße Hongetrainer. Und heute werden wir uns mal wieder mit einem Begriff beschäftigen, Gender, Gender ist müde, mit einem Begriff beschäftigen, der immer wieder auch in den Kommentaren unter meinen Videos auftaucht. Und zwar geht es ein bisschen in den gesundheitlichen Bereich. Wir wollen mal über Qualzucht reden. Was ist denn eigentlich Qualzucht? Wo beginnt sie? Wo hört sie auf? Und wie ist meine Einstellung und meine Meinung dazu? Los geht's! Als allererstes machen wir jetzt mal eine Sache. Das interessiert mich jetzt mal, weil das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich google jetzt mal Qualzucht. Qualzuchtdefinition. Das will ich mal wissen. So, jetzt muss ich mal gucken, in welchem Lexikon das drinsteht und in welchem Buch. Zack. Im Wörterbuch. Oh, also im tatsächlichen Lexikon steht... Oh, es gibt zwei Definitionen. Ich lese sie jetzt mal beide vor. Aber beide finde ich sehr, sehr gut. Hat jetzt auch nichts mit meiner Meinung zu tun. Ich sage euch gleich, wo für mich Qualzucht schon beginnt, weil da sind wir an einem ganz anderen Punkt, als ihr den wahrscheinlich kennt oder im Kopf habt. Also, einmal aus dem Lexikon. Qualzucht ist die Zucht von Tieren, bei der deren Schmerzen, Fehlbildungen und andere gesundheitliche Schäden aus wirtschaftlichen Gründen in Kauf genommen werden. Das ist eine Definition. Ich habe aber noch eine. Ja, das ist jetzt die Definition auf Wikipedia. Wikipedia ist ja nicht das gleiche wie ein Lexikon. Also, das eine, was ich jetzt vorgelesen habe, war tatsächlich ein Lexikon-Eintrag. Als Qualzucht, Wikipedia-Definition, als Qualzucht bezeichnet man bei der Zucht von Tieren die Duldung oder Förderung von Merkmalen, die mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen für die Tiere verbunden sind. Und betroffene Tiere werden auch als Qualzuchtungen bezeichnet. So, deckt sich einigermaßen. Aber es geht ja schon mal in die richtige Richtung. So. Und jetzt wollen wir uns mal drüber unterhalten, an welchem Punkt wir alle der Meinung sind und uns alle einig sind, dass das Qualzucht ist. Und dann werden wir uns mal drüber unterhalten, an welchem Punkt Qualzucht stattfindet und ihr das vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt. Immer dann, wenn ich zum Beispiel ein Video oder ein Bild, da reicht auch schon das Thumbnail, von einem Mobs oder von einer französischen Bulldogge bringe, gibt es auch immer wieder Leute, die da drunter schreiben, dass das Qualzuchten sind. Und die Leute haben tatsächlich recht. Denn rein per Definition sind wir da auf jeden Fall schon mal. Aber für mich beginnt Qualzucht ja an einem anderen Punkt und da wollen wir ja nachher auf jeden Fall hin kommen. Aber beim Mobs oder französische Bulldogge ist das Hauptproblem, dadurch, dass man die Kopfform verändert hat, also diese runden Köpfe mit der eingedrückten platten Nase, dass es dazu ganz, ganz großen Auswirkungen kommt. Die können schlechter atmen, die können Probleme mit den Augen haben, die können teilweise nicht mal die Zunge raus oder rein machen. Also ganz, ganz, ganz viele Dinge. Die haben große Probleme zu kühlen durch das Hecheln, die kriegen kaum Luft. Und man spricht hier von Brachycephalie, also kurznasige, runde Köpfe in Anführungsstrichen. Ich mache es jetzt mal ganz einfacher. Das ist alles das, wo der Hund von der Kopfform schon nicht mehr aussieht wie der Wolf ursprünglich, auch nicht mal im Ansatz. Da sind wir schon dabei, dass wir von Qualzucht sprechen. Und da sind wir uns auch fast alle einig. Aber was ist denn zum Beispiel mit dem Rottweiler? Ist der Rottweiler eine Qualzucht? Der hat ja viel mehr Nase, also die meisten. Oder was ist denn mit einem Bernadiner? Ist der Bernadiner eine Qualzucht? Der hat ja nicht so einen runden Kopf, sondern hat ja diesen Molosserkopf, diese großen, runden, kräftigen Hunde. Sind das Qualzuchten? Ja, sind es. Kommen wir gleich dazu. Warum? Nehmen wir andere Hunde. Gehen wir weg von der Kopfform und sagen zum Beispiel mal, wir nehmen den Schäferhund. Auch da sind sich viele einig, der Schäferhund ist ein Hund, den man tatsächlich als Qualzucht geplagt in Anführungsstrichen bezeichnen kann. Nicht jeder Schäferhund ist eine Qualzucht. Es gibt auch ganz viele Züchter in allen Bereichen, die versuchen, sehr gesunde Hunde zu produzieren. Ich sage jetzt extra produzieren. Auch beim Mops und beim Beagle und bei der französischen Bulldog ist ja der Trend, wirklich wieder zurückzukommen zu längerer Nase, gesünderen Hunden. Aber das braucht Generationen. Wir reden von langer Zeit, weil wir über hunderte Jahre, beim Mops zum Beispiel, das ist eine der ältesten Hunderasen ever, die hat man seit hunderten Jahren, hat man die auf diese Form geschrumpft, den Kopf. Und jetzt wollen wir wieder diese Form. Das geht nicht in drei Generationen, das können wir vergessen. Das dauert ewig. Aber auch beim Schäferhund, Qualzucht, der kann kaum laufen, die haben große Probleme mit, der deutsche Schäferhund vor allem, große Probleme mit der Hüfte, die haben Probleme mit dem Pankreas, über die ganze Zucht hinweg. Es ist die Bauchspeicheldrüse hinüber, die können kaum Essen verdauen, die nehmen nicht zu. Die haben gesundheitliche Probleme innerhalb der Rasse, die du ganz schlecht rauskriegst. Definition von Qualzucht. Gehen wir auf noch eine andere Rasse, wo wir sagen, okay, aber der ist ja körperlich viel gesunder. Nehmen wir den Dobermann. Der Dobermann, zu dem habe ich auch einen Rasse-Check gemacht, ist jetzt erstmal visuell vom Gebäude her kein kranker oder kein schlechter Hund. Lange Nase, lange Ohren, auch wenn die stehen. Hat eine Rute, wenn sie nicht kopiert sind. Hat ein kräftiges Gebäude, ist ein muskuläser Hund, hat kein Problem mit HDED, also wenig im Vergleich zu anderen Hunderassen. Aber es ist trotzdem eine der schlimmsten Hunderassen, wenn es um Gesundheit geht. Qualzucht geprägt ohne Ende. Die laufen, fallen einfach tot um, weil das Herz einfach kaputt ist. Bei jedem Dritten versagt das Herz, bevor die sechs Jahre alt werden. Das ist doch nicht geil. Klar, es ist die Zucht jetzt auch anders und es gibt ganz viele, die nicht jetzt als Züchter sagen, äh, stimmt nicht, mein Dobermann ist keine Qualzucht. Es gibt ganz viele Menschen, die versuchen, das aufzulösen. Keine Frage und top. Ich drücke euch die Daumen, dass ich es vielleicht noch erleben darf, dass ich mal einen Mob sehe, der eine richtige Nase hat. Oder dass ich mal einen Dobermann sehe, der einfach, wo drauf geschissen wird, dass er die perfekte Farbe hat, aber hauptsache ein gesunder Kerl. Ich wünsche es mir, ich wünsche es mir wirklich. Aber wir müssen nüchtern sein, wir müssen ehrlich sein, wir müssen sagen, Qualzucht ist bei ganz vielen Hunderassen. Und da kommen wir jetzt gleich dazu. Also auch der Dobermann ist eine Qualzucht. Aber nehmen wir mal eine Hunderasse, die keiner auf dem Schirm hat. Was denn, irgendwas, was nett und groß. Berner Sennhund. Nehmen wir mal einen Berner Sennhund. Berner Sennhund ist doch keine Qualzucht. Doch cooler Hund. Doch, ist Qualzucht. Denn die Rasse ist eine der wenigen Hunderassen, die fast so krank ist wie der Dobermann. Zum Beispiel. Die leiden unfassbar unter Krebs. Die Lebenserwartung beim Berner Sennhund ist sechs Jahre im Schnitt. Das heißt, es gibt ganz viele, die werden älter. Aber es gibt auch richtig viele, die werden nicht so alt. Weil die mit vier, fünf Jahren dem Krebs einfach nachgeben und nicht mehr können. Okay, nehmen wir eine Rasse, die halt keine offensichtlichen so krassen Krankheiten hat. Und Dogge, Bernadina, habe ich eben erwähnt. Die haben keine so krassen Krankheiten. Also, die haben auch Krankheiten. Aber ich sage jetzt nicht so Herzversagen, zack, gleich tot. Aber die Dogge und der Bernadina sind Qualzucht. Weil da ging es nur darum, dass sie größer und größer und größer und größer werden. Deshalb wird eine Dogge im Schnitt sieben Jahre alt. Das ist doch nicht normal. Kein Tier auf der Welt, kein Wolf auf der Welt wird nur sieben Jahre alt im Schnitt. Im Schnitt werden die nicht so alt, weil die meistens verhungern, verenden, sterben bei der Jagd oder so. Aber wenn die im Saus und Braus leben würden, würden die deutlich älter werden. Also, versteht ihr, was ich meine? Bernadina, da ging es nur um Masse, Masse, Masse. Das ist ein Hund, der 100 Kilo wiegt mittlerweile. Also, das ist nicht gesund. Die Lieder hängen, alles hängt. Die sabbern, die können ihren eigenen Speichelschluss nicht mehr kontrollieren. Die kriegen sich teilweise nicht mehr aufgerafft. So schwer sind die Qualzucht. Der Cocker Spanien war in den 80er Jahren dafür bekannt, für die Cockerwut. Da ist so krass auf Aussehen gezüchtet worden, dass man den Charakter vergessen hat und nicht darauf geachtet hat. Und die wurden immer aggressiver. Ich vereinfache das jetzt komplett. Könnt Cockerwut googeln. Soll ich euch was sagen, wie ich Qualzucht sehe? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache. In, ich würde sagen, zwei Drittel aller Hunderassen. Boah, nee. Mehr sogar wahrscheinlich. Wahrscheinlich weit über zwei Drittel aller Hunderassen. Drei Viertel aller Hunderassen oder 80 Prozent aller Hunderassen sind letztlich Qualzuchten. Zumindest zu einem Teil. Das gilt jetzt nicht für alle Hunderassen. Und jetzt gehen schon wieder voll viele auf die Barrikaden und sagen, alle auf den Dirk, Steine, zündet sein Auto an. Das ist so, weil wir bei den meisten Hunderassen, bei den meisten Hunderassen nur auf eine Sache Wert gelegt haben, dass sie toll aussehen und sich gut verkaufen. Das ist Zucht. Das ist das Ziel von Zucht. Das ist das Ziel von Zucht gewesen über hunderte Jahre, je nachdem, welche Rasse man züchtet. Ganz keiner. Die wenigsten. Nicht keiner, aber die wenigsten haben gesagt, hey, ich will einfach nur einen coolen Hund haben. Das ist mir scheißegal, wie der aussieht. Und wenn der halt kacke aussieht, dann verkauft er sich halt für weniger. Das haben die wenigsten gesagt. Das haben die wenigsten gesagt. Also gibt es nur einen kleinen Anteil an Hunden oder Hunderassen oder Züchtern unterhalb aller Hunderassen, die sagen, mir geht es um einen gesunden, brauchbaren Hund. Und jetzt werden ganz viele sagen, ja, aber du hast ja selber einen Border Collie, da geht es doch genau darum. Da ist doch egal, wie die aussehen. Nee, in der Showlinie müssen die so und so aussehen, sonst kommst du schon nicht mal mehr in die Zucht. Die Gaia, wer hätte es fast nicht geschafft. Also die wäre nicht, wenn ich nicht ganz bewusst mir ganz spezifische Züchter, äh, Richter ausgesucht hätte, also dann hätte die es niemals geschafft, angekürzt zu werden. Dann hätte ich mit der nicht züchten dürfen, offiziell. So, weil zu klein, die Ohren stehen nicht, fällt es nicht richtig, die ist zu kräftig. Die sieht nicht so aus, wie wir das im Idealbild gerne hätten. Ja, aber das ist halt der Fokus, weißt du, das ist der Fokus in der Zucht. Schon bei der Auswahl wird nicht darauf geachtet, ob die im Kopf sauber sind. Denn bei der Auswahl geht es nur darum, dass die gut aussehen. Ich war im Ring mit anderen Hunden, da war so ein Typ, der war auf allen drei Ausstellungen, wo ich war. Der hat mir, weiß ich nicht, wie stolz erzählt, was seine Hunde alles für tolle Sachen machten. Da war die Gaia, war 10, 11 Monate alt. Und die Gaia hat sich besser, der hatte 5 oder 6 Hunde dabei, die Gaia hat sich besser benommen als alle seine Hunde zusammen. Die waren unfassbar unruhig, unfassbar aggressiv, unfassbar unerzogen. Und ihm ging es nur darum, dass sie toll laufen und gut aussehen. Und das ist das Problem in der Zucht. Und weil es eben nicht darum geht, in Anführungsstrichen, einen tollen, gesunden Hund zu haben, sondern nur einen gut aussehenden Hund zu haben und Preise abzukassieren, ist das schon Qualzucht. Ich habe es eben vorgelesen, die Definition. Qualzucht beginnt für die meisten Menschen nämlich da, wo es ganz klare körperliche Probleme gibt. Kann nicht atmen, kann nicht laufen, ist krank. Ja, aber das ist nur ein Teil. Der andere Teil ist verhaltensbedingt. Ist unfassbar unruhig, kann keine Sekunde chillen, ist aggressiv. Beim kleinsten Stress bricht es in sich zusammen, pisst in die Bude. Verhalten ist doch genau das Gleiche. Und jetzt kommen wir zurück zum Border Collie. Gaia ist unfassbar, die ist verspielt, die ist bekloppt, ist immer noch ein Border Collie. Aber wenn man die vergleicht mit anderen Border Collies, ist es ein anderer Hund. Und bei der Gaia ist die Züchterin so einen Mittelweg gegangen und hat gesagt, pass auf, wir müssen, damit wir weiterhin züchten dürfen, müssen wir ja so ein bisschen gucken, wo wir landen. Aber unsere Hunde sind Hunde für den Gebrauch und nicht für den breiten Markt. Deshalb suche ich mir, und das hat die Züchterin auch gesagt, ich suche mir aus, wo die hinkommen. Und die kriegt nicht jeder. Wenn hier einer kommt mit zwei kleinen Kindern, fünf und sieben, und will einen Border Collie, dann sage ich, du, wahrscheinlich wirst du keinen Border Collie von mir kriegen. Das sind Hunde, mit denen du arbeiten musst. Das sind Hunde, die ein gewisses Surrounding brauchen. Das ist ein Arbeitshund. Und jetzt kommen wir zu dieser Unterscheidung zwischen Showlinie und Arbeitslinie. Ganz, ganz häufig sind diejenigen, die sagen, ich habe einen Hund oder ich züchte einen Hund oder ich möchte in einer Hunderasse aktiv sein, im Bereich der Arbeitslinie, sind die, die sagen, mir ist wichtig, dass er gesund ist und ein gewisses Verhalten mitbringt, damit er arbeiten kann. Und wenn das nicht übersteigert ist, also wenn man nicht sagt, ich brauche einen Border Collie, der unfassbar triebig ist, dass der bei der kleinsten Ente schon fast platzt, wenn das der Fall ist, dann sind wir schon wieder im Bereich der Qualsucht. Das ist doch voll und utopisch. Ein Hund, der seine eigenen Bedürfnisse komplett vergisst, wenn er einen Reiz sieht, ist krank. Hand aufs Herz. Das ist krank. Das ist nicht normal. Wenn ich Gaia und Milan im Wald aussetzen würde, da würde ich sagen, hier, zack, ab in den Wald, komm klar, ich komme nicht mehr wieder. Dann würde der Milan, wäre traurig, aber der würde klarkommen. Der würde anfangen, Wurzeln zu buddeln, vielleicht mal einen Hasen kriegen, jetzt nicht mehr, wo er elf ist. Gehen wir davon aus, sind jung und gesund. Dann, der würde klarkommen. Die Gaia, die wäre entweder total verloren, weil sie alleine gar nicht klarkommt, gar nicht weiß, was sie machen soll, oder würde die nächste Eichel finden oder den nächsten Tanzhapfen, damit sie so lange spielen, bis sie müde ist, sich hinlegt. Das macht sie drei Tage, verhungert sie, fertig. Also, ihr versteht, was ich meine. Das ist ein super kluger Hund, aber in der Situation wäre sie einfach dumm. Und ein Hund, der so triebig ist, dass er seinen eigenen Körper, seine eigenen Anforderungen, sein eigenes Leben nicht mehr peilt, ist doch nicht gesund. Das ist doch Qualsucht. Also, halten wir fest, im Bereich der Arbeitslinie gibt es noch ganz viele, die nicht auf Aussehen gehen, die auf Gesundheit gehen, aber die es trotzdem übertreiben. Aber trotzdem, im Bereich der Arbeitslinie, würde ich sagen, sind mehr Hunde nicht Qualsucht, als im Bereich der Showlinie. Also, sagen wir mal, Arbeitslinie, wenn hier unten ist 0, hier oben ist 100%, dann würde ich sagen, Arbeitslinie ist so 80% vielleicht Bereich in Ordnung. Die 20% da oben sind in dem Bereich übertriebene Hunde. Das ist von Rasse zu Rasse anders. Das ist beim Border Collie. Beim Mali, beim belgischen Schäferhund, ist es das. Da haben wir so 5 oder 10% hier unten, die einen vernünftigen Hund haben. Die anderen sind alle übersteigert. Weil über die Jahre, über die Zucht und Zucht und Zucht und Zucht immer triebigere, immer beklopptere Hunde gemacht wurden. Mali ist kein Hund für einen normalen Menschen. Das ist eine Waffe im Zweifel. Und auch das ist Qualsucht. Auch das ist Qualsucht für mich. Gehen wir auf die Showlinie. Showlinie würde ich sagen, haben wir so im Bereich 10, 20% irgendwo. Die sagen, ja, sollte ein gewisser Aussehen haben, aber ich will einen gesunden und vernünftigen Hund. Die müssen nicht total fett und kloppsich sein. Ich brauche keinen Labbi, der Bestnote kriegt. Der muss nur durchkommen. Und die anderen sind unfassbar im Bereich, der muss perfekt aussehen, damit ich bloß einen Preis kriege. Das fängt doch auf jeder Show schon an. Ihr könnt das mal machen. Wenn irgendwann Corona vorbei ist, dann gibt es Hundeshows. Egal, ob ihr einen Hund habt oder nicht. Geht da mal hin. Geht da mal hin und guckt mal zu. Manche sind öffentlich, kannst du hingehen. Und dann guckst du dir mal an, wie bescheuert die Leute sind. Da föhnen die und bürsten die die Hunde wie die Irren, damit sie bloß perfekt aussehen. Aber da geht es doch nicht um einen guten Hund. Da geht es um Preis. Das sind die Leute, im Worst Case, sind das die Leute, die früher den ganzen Tag ihre Barbie gestriegelt haben und jetzt einfach nichts Besseres mehr gefunden haben. Das ist traurig. Das ist traurig. Ehrlich. Wenn die Ginger. Jetzt bernst du dir. Die Ginger ist unfassbar klein und zierlich. Ja, die ist hibbelig. Die ist wild. Die ist für ein Labbi. Für ein Labbi. Das ist fast ein Traum-Labi. Die ist nicht fett. Die ist nicht zu groß. Die ist nicht zu übertrieben. Die ist ein Labbi. Das ist ein ganz, ganz toller Hund. Aber die ganz vielen anderen Labbis sind unfassbar unruhig, viel zu groß, klotzig, ein bisschen tump. Ja, das gehört auch in die Rasse da rein. Sie sind ja so. Das ist ja auch nicht tragisch. Aber dann muss er halt super braun haben und tralala. Warum um Himmels Willen gibt es Leopard-Labbis? Warum muss man in den Labbi das Merle-Gehen reinpacken? Doch nur wegen Aussehen. Qualsucht beginnt so viel früher, als wir das auf dem Schirm haben. Und ich weiß, dass einige von euch mich jetzt verteufeln werden. Ist mir aber egal. Ist meine Meinung. Ich darf meine Meinung in meinen Videos sagen. Ich fände es schön. Ich fände es wirklich schön, um das mal wieder ein bisschen runterzukommen. Um mal Ausblick zu geben. Wisst ihr, was ich schön fände? Wenn wir einfach, wenn wir diese ganze Zucht, das ist ja alles so nach der Nazi-Zeit extrem entstanden. Klingt jetzt total gemein, aber ist wirklich so. Also zumindest in Deutschland, bei den deutschen Hunden. Deutsche Schäferhund. Guckt euch mal Deutsche Schäferhund-Bilder aus dem Weltkrieg an. Das ist ein ganz anderer Hund, als das, was wir da sehen. Ich fände es gut, wenn man sagen würde, pass mal auf, züchten mit Hunden ist nicht mehr. Das machen viel zu viele und viel zu viele machen es nicht gut. Und wir müssen da viel krassere Regularien reinbringen. Und solange es so viele Tiere auf der Welt gibt, auch in Deutschland, deutsche Tierheime platzen jetzt zu Corona-Zeiten. Brauchen wir nicht noch 20 neue Border Collie-Welpen? Braucht es nicht. Und das wird sich nur, also es ist utopisch, dass das passiert, das wird sich nur ändern, wenn eine Sache passiert. Wenn ihr, wenn der potenzielle Hundehalter oder der Hundehalter endlich aufwacht und sagt, ich brauche keine Schönheitsideale. Selbst dann, wenn man sagt, ich möchte einen Hund mit gewissen Eigenschaften haben. Und das habe ich ja mit Gaia gemacht. Ich bin ja nicht besser. Ich hätte ja Gaia halt ja auch irgendein Tierheimhund wieder sein können. Wollte ich aber nicht. Wollte ich aus zwei Gründen nicht. Weil ich wollte einen sehr verspielten Hund haben, mit dem ich dann in meinen Sportkursen auch arbeiten kann. Die Gaia ist ein Arbeitsgerät für mich. Nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn ich sie liebe ohne Ende und das mein bescheuerter Hund ist. Aber deshalb habe ich es mir angeschafft. Ich hätte keinen zweiten Hund gebraucht. Milan ist der geilste Hund ever. Aber der spielt halt nicht. Und ich kann halt nicht sagen, komm, ich zeige euch mal, wie man Fußball spielt, aber ich kann selber nicht kicken. Das geht nicht. Das heißt, ich kann den Leuten nicht zeigen, wie man Frisbee spielt oder Agility macht, wenn der Milan sagt, du, ich springe doch ja nicht über die Hürde, bist du bescheuert, ist viel zu anstrengend. Geht nicht. Das heißt, ich brauche den Hund, der dann Bock hat. Und dann habe ich geguckt. Dann habe ich in die Rassen reingeholt, was bleibt übrig. Aussie, Border, Mali. Nehmen wir mal die drei. Waren noch ein paar andere mit dabei. Aber am Ende blieben die drei übrig. Und dann habe ich überlegt. Okay. Welche davon sind die gesündesten und noch die vernünftigsten? Und dann war schon mal der Mali weg. Weil der ist zwar unfassbar gesund, aber vernünftig sind die auf gar keinen Fall. Der Aussie fiel weg, weil die sind zwar auch mitunter vernünftig, vor allem die Mini-Aussies. Aber die sind kranker, als es die Border sind. Weil die haben viel mehr Hüftprobleme, sind größer, sind schwerer. Der Border ist der gesündeste. Hör mal so mit einem kleinen Takt zu, hat einen Schaden. So. Und dann habe ich überlegt. Oder Border ist der gesündere zum Aussie, nicht der gesündeste. Der gesündeste wäre der Mali, weil die kriegt sie gar nicht kaputt. So. Und dann habe ich überlegt. Ja, okay. Der ist gesünder als der Aussie. Aber so ein bisschen mehr in den Tacken bescheuert. Vielleicht, wenn du Pech hast. Also musst du eine ganz bewusste Zucht suchen. Und dann habe ich mir Züchter angeguckt. Und habe gesagt, ich nehme einen, der halt eben drauf scheißt, in Anführungsstrichen, dass die perfekte Aussehen haben. Also, die achten natürlich auch aufs Aussehen. Aber wenn die Schlappohren haben, haben die Schlappohren. Und wenn die Schlappohren haben, und da fängt es an. Das ist das Letzte. Und dann machen wir Schluss. Wenn die Schlappohren haben. Ich habe das gesehen auf einem, auf einem, auf dem jeder Hunde rennen, auf der Rennbahn. Da trug ein junges Mädel, die wird so Anfang 20 gewesen sein. Mit ihrer Mutter, schätze ich, war das. Trug einen Welpen. Einen Aussie-Welpen rum. Ne, war es ein Aussie? Ne, es war ein Border. War ein Border-Welpen. So. Einen Border-Welpen rum. Der hat Schlappohren. Der wird 12, 13, 14 Wochen alt gewesen sein. Und diese Schlappohren hatten die oben zusammengeklebt. Mit Tesa. Also mit Krab. Und ich sage, und dann stand sie die ganze Zeit da in der Nähe. Und dann habe ich gefragt, hat er, was hat er an? Ohren? Hat er Schmerzen oder was? Ne, der soll aber Stehohren kriegen. Wir wollen mit dem züchten. Sorry, aber es ist ein Baby, das ich jetzt schon darauf trimme, dass es möglichst perfekt für die Zucht geeignet ist. Und das war noch ein Red Merl. Das ist noch das Schlimmste, weil eigentlich die Farbe auch schon, wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium. Weil, habe ich mal gemacht, Merl-Probleme hier oben, geistig und so. Also, da ist das Problem. Das gesamte Problem wird sich nur ändern, wenn der Verbraucher, also der Endkunde, der Hundehalter sagt, du, ich will einfach nur einen tollen Hund haben. Und nicht einen schönen Hund. Und nicht einen, nicht einen Merl-Hund, weil das so schön ist. Und nicht so viel Fell. Scheiß doch drauf, ey. Er hat halt kurzes Fell, struppiges Fell, hauptsache es ist ein geiler Charakter. Wisst ihr, wen ich richtig liebe in der Huta? Vanyosch. Vanyosch ist so ein richtiger Köter. Das ist der geilste Hund ever. Der hat richtig Charakter, hat Ecken und Kanten und das Fell ist eine Katastrophe. Aber der sieht nicht aus wie jeder andere Hund. Und deshalb finde ich Milan auch so geil. Und, also das ist der eine Punkt, Verbraucher ändert sich. Und der zweite Punkt, zweite Punkt, Züchter ändern sich. Und da muss es staatliche Regularien geben und sagen, hey, wir müssen dem ganzen Einhalt gebieten, die ganze Geschichte mit Tieren und Züchten hat überhand genommen. Es ist fast überall Qualshoch. Es gibt kaum noch eine Hunderasse, die die sauberen Basis hat. Wir müssen da dazwischen gehen. Ab jetzt dürft ihr nur noch züchten, wenn ihr das, 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 das erfüllt. Und, 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 ihr dürft nur noch, jede Hündin darf nur noch einen Wurf haben oder ihr dürft noch alle drei Jahre einen Wurf haben oder so. Es gibt Züchter, die haben, es gibt ja so Regularien, eine Hündin muss nach einem Wurf und so viel Zeit dazwischen haben und so. Aber dann haben die halt einfach acht Hündinnen und produzieren im Halbjahr Welpen. Das ist doch nicht normal. Das ist eine Produktion. Das ist eine Produktion und keine Zucht. Das ist doch scheiße, ey. Oh, ich habe mich voll in Rage gerät. Tut mir total leid. Aber jetzt wisst ihr, wie ich zu Qualzucht stehe. Qualzucht fängt an so vielen Stellen an. Das Verhalten wird ganz oft außen vor gelassen. Und ich finde, dass in so vielen Hunderassen schon so eine richtig, ja, so eine richtige Portion bescheuert drin steckt. Und da ist auch schon Qualzucht. Ja. Krass bin ich abgeschweift. Aber es gehört alles dazu. Merkt ihr, wie groß diese Blase ist? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hey, wenn ihr, wenn ihr das anders seht, wenn ihr, wenn ihr jetzt Züchter seid und mich hasst und mich deabonnieren wollt, macht das ruhig. Aber bitte, kommentiert doch mal unten drunter. Schreibt mir, bin ich alleine mit meiner Meinung? Findet ihr das auch? Seht ihr das anders? Versucht ihr vielleicht sogar bewusst dagegen zu arbeiten? Dann schreibt mir das. Und ich verlinke euch unten noch zwei, drei Videos, die das Ganze mal so ein bisschen fachlicher aufgreifen. Da ist zum Beispiel unter anderem ein Tierarzt dabei, der sich ganz krass, das ist ein Riesenbericht, ich weiß gar nicht, ob WDR oder ADD oder ZF oder ich weiß nicht, der sich ganz krass gegen den Verband gestellt hat und gesagt hat, Leute, ich will das nicht. Ich bin Tierarzt und ich bin Züchter. Und hier geht es nicht mehr um die Tiere. Hier geht es um ganz viele andere Sachen. Und wir müssen da raus. Das war zum Beispiel der Duck-Tolling-Retriever in dem Fall. Duck-Tolling-Retriever ist auch eine unfassbare Qualzuchtrasse, weil die so gehypt wurden. Ja, geil, kannst du Geld mitverdienen. Bam. Im Moment, im Moment kostet ein Berner-Dudel, Berner-Dudel, zweieinhalbtausend Euro. Weil man einen Berner-Sennenhund in dem Pudel gepaart hat. Und die meisten wissen nicht, dass sie im Zweifel sich einen Berner-Dudel für zweieinhalbtausend Euro geholt haben, der nach vier Jahren unfassbar krass Krebs hat. Weil man eben den Berner-Sennenhund mit drin hat. Aber es gekauft sich halt gut, ist ein hübscher Hund, ey. Qualsucht. Tschüss. Tschüss.